Herzlich Willkommen zurück zu FIFA 15, Sismo Rosseo mit Real Madrid in 3 Stunden wegen der Premier Cup, den werde ich mir auf jeden Fall am Wochenende dieses Mal wieder anschauen. Wir holen auf jeden Fall Minimum jetzt noch einen Punkt aus zwei Spielen, damit wir nicht absteigen. Dann holen wir uns jetzt am besten gleich, dann entsteht kein Druck. Dann wollen wir mal auch, wie gesagt, wieder mit Real Madrid. Na komm, Gegner, drück mal drauf, wir werden fangen. So, ich mach jetzt direkt mal einen Wechsel, weil leider ein bisschen so aufgestellt ist, wie ich das nicht haben will. So gefällt mir schon besser. Benzema raus und los geht's. Kawaii. Rodriguez macht das gut. Mitte. Modric mit der ersten Chance. Hätte ich besser machen können. Bedeutend besser. Kann der eigentlich auch irgendwas? Dieser spielt doch nicht so dolle. Komm Benzema, komm ich wechsle dich gleich aus, mach mir nichts noch ein Tor. Schön abgelegt, Rodriguez. Super Sache. Schönes Tor. Geiles Ding. Der spielt nicht gut bisher. Mal schauen, ob da noch was kommt. So, ich spiele ehrlich gesagt ungern mit Benzema. In letzter Zeit spielt er nicht so dolle. Aber jetzt gedacht, ich werde es ihn ja einfach mal aus. Mal schauen, wie es jetzt läuft. In der Abwehr hat er eh nicht viel zu tun. Und da wird es da keine Einflüsse drauf haben. Sondern für den Sturm. Und da schauen wir mal. Da füllen wir schon mal 1-0. BP macht das gut. Modric, ganz oben läuft Bale. Wieder alles frei. Ganz nach unten. Schade. Es war knapp. Groß. Ronaldo. Isco. Groß. Isco wieder. Modric. Ja, ganz oben. Ich wollte den Pass nochmal stecken. Oh, scheiße. Jetzt konnte der. Tut er nicht. Er spielt nämlich schwach. Das wäre toll gewesen. Jetzt geklappt. Jetzt geht er aber besser in die Zweikämpfe mittlerweile. Gut spielen tut er noch nicht. Nicht jetzt. Ballverlust von ihm. Ballverlust von Ronaldo. Zido von Bayern war ran. Ah, mit dem Seitenwechsel kennen wir alles. Mach ich tausendmal. Ist leicht zu verteidigen. Ah, shit. Ich hab's ein bisschen anders geplant. Und abseits. Alles gut. Ruhren wir uns mal einen her. Komm schon, Ronaldo. Komm. Komm, Ronaldo. Zieh. Verdammt. Komm, Ronaldo. Ronaldo. Kacke. Schön. Ronaldo. Abseits. Okay. Mal wieder können wir alles schon 180 mal gesehen Total easy zu verteidigen Wieder locker verteidigt Und schon geht der Konter wieder los Ich glaube Ronaldo Isco Komm Abseits So langsam sollte ich echt das 2-0 machen Sonst kommt der irgendwann mit einer Glücksaktion Wie der hier Ah Kassias Da musst du doch rangehen Und ab nach oben Und da ist Bale Und der macht's hoffentlich FAK Kassias Ganz nach außen mal Marcelo Schlechter Pass mein Freund Schlechter Pass Ah was kommt jetzt Vergibt noch nicht etwa auf Bitte nicht Wäre auch ein Wunder Bei 1-0 Ich bin zwar überlegen Aber Steht nur 1-0 So Dann warten wir mal Eine Runde Mister läuft es eigentlich ganz gut Nur ich müsste echt das 2-0 schießen Sonst kommt der irgendwann mit einer Duselaktion Da wird es echt schwierig Der von Ballikadiert Dass ich wahrscheinlich hinten bin Oder sonst irgendwas Ah Halt Schön gemacht Schöne Pause Bis auf den letzten Der war nicht gut Okay Abstoß Wunderbar Alles gut Bauen wir mal nach oben Und weit Wie immer Ronaldo stehen Dann kriegt die meistens auch Ja Passt Geht zufrieden mit Oh 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 Das war klar Ganz oben Bail Schade Hat nicht geklappt Zumindest nicht so wie ich wollte Oh Seine erste Chance Und die war groß Oh Ich gebe ihm gleich noch eine Oder wie Gut gemacht von Marcelo Den wir den hier üben Und Halbzeit Hat so ein bisschen Spiel reingeschafft Mittlerweile Das stört mich War einfach mal richtig schwach Haut auch Benzema raus Wobei Benzema bei mir die Vorlage gegeben hat Scheiße 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 Oh oh Oben dranbleiben Gut Alles sicher Doch nicht zu dem Doch nicht zu dem Doch nicht zu dem Doch nicht zu dem Sehr schön Abseits Gut Dahin sollte er Von einfach an Da unten Und wieder viel zu knapp Hab ich gesehen Dauert zu lange Okay Minimum Gelb Voll hin man Blot ist es nicht Aber Gelb Also Gelb Wunderbar Kein Problem Das ist ein Problem Oh scheiße Oh Abseits Huf Jetzt mach ich hinten aber echt Fehler Schnell gespielt Schnell gespielt Okay der kommt nicht hinterher Dann muss ich Pedro mitholen ÖP Petro Oh Puh Und weit nach vorne Er spielt besser Er spielt viel besser als für ihn Komm Sehr schön Kassiers Boah Er steht so eng dran Er macht es mir schwer Oh nein Nein Hat der Chancen mittlerweile Unglaublich Kein Druck nach vorne hin Und er rennt mir langsam in die Bude ein Steht nur noch hinten drin Es ist grauenhaft Scheiße Wenn der gut Freistöße schießt Dann kann er mich probieren Er kann gut Freistöße schießen Zum Glück ist er nicht drin gewesen Alter Das muss er rot geben Das muss er rot geben Er geht voll in den Mann Und nur in den Mann Haut mich von der Seite vollends um Alter Verarschen mich doch Alter Schwede Verkackte Scheiße Yes Meine Fresse Da klappt gar nichts hinten Spiele ich schwach momentan Oder spielt er saugut Ich weiß es nicht Irgendwas läuft hier derme schief Scheiße Ich kriege es echt nicht hin Nach vorne irgendwas durchzuspielen Zum Glück führe ich 1-0 Ganz leicht Der macht wirklich die Probleme Schade Kommt nur Ronaldo Oder Bale wäre auch immer Bale Ja Mit zurück Oh 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 Alter Gelb Gelb Oh da bin ich schon mal in Unterzahl Das ist ja leichter als wäre Und die Zeit läuft Und die Zeit läuft Aber vollends Kommt Was mache ich da Kommt nur Lauf Drüber Scheiße Das gelingt mir nicht das was mir gelingen sollte Und müsste Aber ich hab gewonnen Puh Das war eine anstrengende zweite Headzeit Alter Schön Geh Ja Ja Laughing Thema Alles da Schif